Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Willkommen zurück zum zweiten World Opening der vierten Season von World of Warcraft Shadowlands. Ich habe heute wieder zehn Chars vorbereitet. Einer musste leider passen. RIP Mage. Und ich würde sagen, wir starten einfach rein mit dem Hunter. Ich habe übrigens auch eine fette Überraschung beim Hexenmeister. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen dann, wenn es soweit ist. Und wir starten rein mit einem Ring, dem schützenden Bit-Band. Tempo Meisterschaft. Das haut mich jetzt nicht so vom Hocker. Aber deswegen werde ich diese beiden... Also viel Haste drauf ist nice. Aber ich will nicht noch mehr Mastery haben. Deswegen greife ich zu einem kleinen Trick und hole mir die zwei Bedienstetenzeichen. Die tauschen mir ein gegen kosmischen Flux. Und dann habe ich aus Mythisch Plus einen Helm auf der Tasche mit Item Level 272. Ich habe jetzt einen 239er an. Den können wir jetzt dann umwandeln und letzten Endes auf diese Art und Weise ein dickeres Upgrade rausziehen, als es eigentlich der Fall gewesen wäre mit diesem Ring. Damit kann ich schon mal ganz gut leben. Und ja, ich weiß, es wäre ein Mechagon Ring gewesen. Aber in dem Fall, mir ging es hauptsächlich erstmal darum, da ich den Hunter wirklich nicht so oft spiele im Moment, Item Level zu sammeln, weil das einfach viele Sachen einfacher macht im Dungeon Browser. Für die Zwecke, die ich gerade verfolge, ist das der bessere Weg. Kommen wir zum Monk. Was haben wir hier? Einmal die geplünderten Schulterstücke des Schmugglers. Beflecktes Insigne von Quel Talas. Äh, ne, ne. Dann haben wir Handschuhe 288 habe ich schon und das Adelssiegel von Dunkelhain. 298 mit Vielseitigkeit Mastery. Die Stats sind ziemlich sexy. Dementsprechend nehmen wir diesen Ring direkt mit. Wenn er im Gegner das erste Mal Schaden zufügt, fügt dieser euch vier Sekunden lang 10% weniger Schaden zu. Das ist an und für sich sogar ziemlich nice für Tanks, das Teil. Aber, ähm, ja, in dem Fall, pfff, egal. Na, ähm, es ist viel Wörser drauf. Ich möchte Wörser haben. Und, äh, ich sag mal so, die Meisterschaft, beziehungsweise Tempo will ich eh nur bis zum gewissen Prozentsatz. Da bin ich eigentlich ganz gut bedient. Und, äh, die Mastery ist jetzt definitiv auch nicht verkehrt. So, knallen wir uns den Ring an. Ich werde tatsächlich den hier ausziehen. Und damit hüpfen wir auf 269 mit dem Monk. Bin ich zufrieden mit. Ja, ähm, zweites Upgrade. Gehen wir weiter in der Liste. Die dicken Chars kommen natürlich wieder zum Schluss. Als nächstes haben wir, äh, G6 am Start. Da muss ich sagen, da bin ich, glaube ich, die Woche davor. Ja, weiß nicht, 13er Key gelaufen oder so. Und innerhalb dieser zweiten ID sind wirklich die Itemlevel bei den Leuten echt krass angestiegen. Sodass du jetzt teilweise echt Probleme hast, irgendwo mitgenommen zu werden. Ähm, und ich hab mit vielen Chars einfach nur noch auf, auf den letzten Drücker die Keys gemacht. So war es dann auch hier. Und, äh, weiß nicht, es war ein 8er oder so. Aber ich, ich hab dann mir gedacht, hauptsache ich krieg einfach noch irgendwas in der Truhe. Und, äh, ist mir dann auch egal, wie gut oder schlecht das jetzt letzten Endes ist. Die Blendgranate des Vollstreckers. 288 Vielseitigkeit. Gewährt euch 20 Sekunden lang. 887 Vielseitigkeit. Ich nehm's mal mit. Da bin ich mir nämlich, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie gut oder schlecht dieses Ding ist. Also als Heiler würde ich jetzt mal sagen, geht so. So, so Leas Geheimtechnik. Es ist halt schade, weil ich dadurch viel, viel Int verliere. Der anderen Seite, äh, 4% mehr Wörser. Ich behalte das alte Trinket auf jeden Fall mal. Nimm das jetzt fürs Eye-Level mit. Und teste einfach mal im M+, wie sich das Ding spielt. Wo es durchaus ganz nice sein kann, ist als so Oh-Shit-Button-Notfallknopf. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass für die D als Red könnte das vielleicht gar nicht so schlecht sein. Äh, wenn wir jetzt mal gucken. Ich hab jetzt 680 Vielseitigkeit. Und 17% macht das aus. Da kriegen wir 18, äh, 887, fast 900. Also, ähm, wenn wir das Ding, wenn wir das Trinket aktivieren, mehr als verdoppeln. Das könnte dann wiederum schon ziemlich nice sein. Wenn ich jetzt mal schaue, so halt mein heiliger Schock für 5,9K. Jetzt aktivieren wir mal das Trinket. Da haben wir 38% Vielseitigkeit. Natürlich krittet es jetzt. Und da sind es 6,9K. Also 1K mehr. Und ich kriege natürlich auch weniger Schaden. Ähm, naja. Ich probiere es mal. Vielleicht als Notfallknopf nicht so schlecht. Mit Int wäre cooler gewesen. Aber, mein Gott. Wir nehmen es mit, ne? Letzten Endes ist es auch wieder ein Item-Level-Upgrade. Und das ist für mich gerade relativ wichtig. Kommen wir als nächstes zum Heal-Sami. Wo ich... Was könnte ich denn da mal gebrauchen? Fällt mir da spontan was ein? Auf die Schnelle nicht. 2,62K. Ah, ich habe noch blaue Schüchen. Also Schuhe wären zum Beispiel ganz Nito. Gucken wir mal. Gönnen. Natürlich ist es ein Rücken. Tuch der Titanischen Träume. Genau das. Genau den Umhang, den ich schon habe. Aber egal. Es sind mehr Item-Level, ne? Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. So. Anziehen das Ding. Damit hüpfen wir auf 264. Dann holen wir uns noch eine schöne Umhang. Oh, natürlich bewegst du dich jetzt. Nehmen wir uns noch einen Umhang-VZ. So. Mitnehmen. Rausholen. Zack. Ich kann nur immer wieder wiederholen. Äh. Wenn ihr neue Items bekommt, versucht, dass ihr die sofort verzaubert. Dann vergesst ihr es nicht. Und je nach Slot können die Verzauberungen durchaus einiges ausmachen. Also Pro-Tip. Don't forget that. So. Jetzt gehen wir zum Krieger, den ich tatsächlich auch gespielt habe. Da war es halt nur einfach ein Plus-Zweier-Key. Habt ihr irgendwas kriegen. Was mir da aber aufgefallen ist, da habe ich ja nur 249 Item-Level. Aber meine Legendaries sind super low. Auf dem, ich glaube, 225 oder so. Das heißt, da könnte ich, würde ich mich dazu entscheiden, zwei 291er Leggies zu craften. 225 und 235, okay. Äh, würde ich richtig dick im Item-Level nach oben hüpfen. Also das wäre eine Möglichkeit. Äh, Solias Geheimtechnik. Ja gut, würde ich Haste mitkriegen dann, wenn ich es richtig setze. Von daher, es ist jetzt gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich hatte da noch ein 239er im Slot. Jo. Gut. Nehmen wir das mit. Wieder zwei Item-Level. Irgendwie mache ich gerade auf allen Charts zwei Item-Level. Zack, zack. Verkaufen. Und ja, bisher läuft es eigentlich ganz gut. Das sind ja jetzt vielleicht nicht die Brüller-Items. Aber, und das ist gut, es sind auch nirgendwo Sachen, gerade wo ich, äh, unbedingt Flux raushauen muss. Theoretisch, auf meiner Eule habe ich genug Flux, um was umzuwandeln. Genauso wie auf meinem Todesritter, auf den anderen Charts nicht. Ähm, was auch dran lag. Gut, man kriegt jetzt mit dem Raid-Clear wirklich ziemlich viel Flux um die 4K. Waren es im Sanktum. Das ist ganz cool. Das habe ich auch auf zwei oder drei Charts gemacht. Allerdings habe ich da halt immer wieder neue Items bekommen, die ich dann ausgeben, sodass ich den Flux wieder ausgeben muss. Hier die Letchy ist übrigens auch nicht so geil. Also da wäre auch noch was drin in Sachen Item-Level. Und wir kriegen einen Ring, neu startendes Bit-Band. Und da kann ich diesen Siegelring des Blutschwurs endlich mal wegkloppen. Der ist noch ziemlich low. Von daher, zack. Nächstes Upgrade, nehmen wir mit. Wieder brauche ich keinen Flux. Das ist gut. Das Ding gibt sogar gerade drei Item-Level. Das ist auch nett. Finger, Vielseitigkeit. Ich fühle mich immer super gehetzt, wenn ich bei einem auf dem Bronto was kaufen will. Wenn ich immer Angst habe, während ich dabei bin, mountet er dann ab. So, auf jeden Fall die, äh, die Erhöhung in Sachen Haste ist ziemlich nice. Das sind vier Prozent mehr Haste. Das ist ziemlich cool. Das nehmen wir definitiv mit. So, dann haben wir auch hier ein Upgrade gezogen. Dann machen wir jetzt Priester. Der hat auch nur ein Zweier-Key gelaufen. Wobei ich da sagen muss, äh, ich habe jetzt hier auch den Vierer-Bonus. Beziehungsweise auf allen Elf Chars, die ich auf Max habe, habe ich den Vierer-Bonus. Ram-Server ist nicht aktiv. What? Was, diese? Mach nicht, mach nicht so, Blizzard. Mach nicht sowas. Ja, nice. So, ein paar Minuten später geht wieder. Scheinbar gab es sehr, sehr große Login-Probleme mit Blizzard, von Blizzard, mit WoW. Ne, ihr wisst, was ich meine. Äh, gucken wir mal, was haben wir hier drin? Denn, sag mal, ist heute Ring-Tag. Ich sag mal, ich will mich nicht beschweren, auf dem Chars sowieso nicht. Hier war wahrscheinlich sogar die grüne Robe des Walls, äh, Robe des Walls besser. Aber, ja, Ringe haben leider halt nicht den dicksten Impact auf den Chars. Zumindest nicht immer, wobei die Werte hier sind ganz nice mit Haste-Mastery. Ähm, Grid-Tempo. Guck mal hier, Grid-Mastery. Wie sieht das aus? Da behalte ich noch ein bisschen Leech. So, wo pronto? Ich brauche eine VZ. Dann mal auf zum Decay. Der hat wieder einen ziemlich guten Sprung gemacht. Äh, ich glaube, als ich in die Season gestartet bin, hatte ich 245 oder so. Jetzt 272 nach zwei Wochen. Ähm, ich habe schon ein bisschen mehr im Plus auf dem gemacht, aber es hielt sich letzten Endes in Grenzen. Hier müsste ich jetzt relativ viel Auswahl haben. Und dem ist auch so. Äh, hier Raid-Items. Okay, da ist schon mal nichts interessant. Gürtel. Und, ja, ich würde sagen, die Wahl fällt relativ einfach. Da nehmen wir die Beinlinke des ersten Eidolons mit. Der Gürtel, zwar vom Eye-Level besser, würde jetzt aber nicht das wirklich dicke Upgrade bringen. Und die Beine boosten mich auf 274. I like. Und, ja, ich würde mal behaupten, Der Char wird mittlerweile ganz gut. Könnte fast meinen Hexer jetzt sogar überholt haben. Schauen wir mal. Äh, nee, noch nicht ganz. Aber fast. Aber fast. Kommen wir jetzt zu den beiden Chars mit dem höchsten Item-Level. Und ich hatte ja eine Überraschung angekündigt. Ich habe es endlich geschafft, meinen 239er Kopf nach Monaten auszutauschen. Und zwar ist für mich gedroppt im Mythisch Plus ganz gute Handschuhe. Die habe ich dann mit genug Flux umgewandelt in T-Set. Und dann konnte ich den Kopf, habe ich mir einfach einen 262er gecraftet. Besser als nix. Damit sind wir von 273 auf 278 gesprungen. Und mal gucken, was jetzt hier drin ist. Ein Tuch der titanischen Träume, welches ich auch schon habe. Lol. Das habe ich doch vorhin schon auf den Shami gezogen. Hm. Interessant. 304 Item-Level. Auch hier jetzt wieder. Ist nicht das geilste Item. Äh, boostet mich auf 280. Das ist okay. Äh, aber... Ja, was soll ich sagen? Ist nicht... Oh, ich finde das Auktionshaus ist so verbuggt heute. Das ist der Wahnsinn. Da kriegt man echt Plack. So, last but not least die Eule. Äh, gib mir einfach irgendwas Gutes. Ich will irgendwas Schönes haben. Wir haben jetzt hier natürlich auch die meiste Auswahl. Äh, weil Raid, weil M+, und so weiter und so fort. So, gucken wir mal. Und das sieht schon mal auf den ersten Blick scheiße aus. Äh, Amulett des ewigen Winters. Gut, das Ding ist gar nicht so schlecht. Wandel der verletzten Ehre. Den könnte ich theoretisch auch umwandeln. Die... Den Kopf, der ist schon mal raus aus der Verlosung. Gut, die Armschienen auch. Ich gehe stark davon aus, dass der Kopf am meisten bringt. Den kann ich ja dann auch umwandeln. Ähm, ich würde das jetzt nochmal kurz durchsimulieren. Allerdings... Ist alles... Alles gar nicht so schwierig. Äh, einfach. Loll. Alles gar nicht so einfach. Ähm... Schauen wir jetzt mal. Ich jag das mal durch ein Sim. Und dann sehen wir weiter. So, und am Ende war es der Kopf mit 200 noch was DPS+. Damit, äh, sind wir durch. Ja, hat, äh, auf jedem Char ein Upgrade gegeben. Also, überall konnte ich was gebrauchen. Das ist ganz gut. Die Eye-Level meiner Chars seht ihr jetzt hier. 288, 6. 286, 245 und so weiter und so fort. Ist jetzt nicht super viel. Aber auf der Eule hänge ich mittlerweile ziemlich hinterher. Aber ich mache mir diese Season keinen Stress. Äh, einfach ein bisschen Spaß haben. Und der Rest kommt dann hoffentlich von selbst. Ansonsten bis dahin wünsche ich euch gute, gutes Wochenende. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr so drin hattet. Bis dahin, reingehauen. 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 Bis zum nächsten Mal.